The Power of the Darkseid So, das Spiel ist mal gerade abgekackt mit den Sequenzen Protokoll 10 wird den Abschaum aus dieser Stadt spülen Und anscheinend müssen wir das Ganze nochmal machen Da ist er! Da ist Mad Men! Hab was! Seid ihr im Lift? Dead Men ist da drüben! Hm, der Kanal ist sogar auf dem Luft Nö, haben sie nicht Wenn man alles nochmal machen muss, macht man es halt schneller wie vorher Er ist in dem Raum Mad Men ist mit euch da drüben Und jetzt alle her Ich bin die Zugrunde Ich bin sein neuer Anführer Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden Wow, direkt neben uns hat der Dachstrand Scheiße Unbekanntes Gerät gefunden Yo, unbekanntes, das ist nicht mein Battle Ring Batman ist da drüben Batman ist in dem Raum Batman ist in dem Raum Ich muss mal inne auf diese Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nochmal gut, gang Oh, gegnerisches Gerät Solche Klapphalle So Kontakt! Gegnerisches Gerät gefunden Jetzt sind wir schon in einer besseren Position Batman, mir jagen man keine Angst ein Erstecken Sie sich ruhig hinter dieser Maske Ich werde Sie von Ihrem zerschmetternden Gesicht reißen Und der Welt zeigen, was dahinter liegt Zielperson bewegt sich da lang Batman ist da drüben Zielperson bewegt sich da lang Granate Zielperson verschwunden Ja, schon lang Batman ist hier Unterschätze ihn bloß nicht Was? Boah, stimmig gesichtet Laber doch nicht Ja, da kann man nur nach oben Ah, wo kommen wir denn hin? Was soll man jetzt? Lagebericht, Kontakt Seid ihr blind? Batman ist da drüben Oh, scheiße, alle drei Batman ist in dem Raum Alle drei sind gekommen Oh, vier Na komm Das reicht Er ist hier Erlebt ihn Sonst werdet ihr mir dafür grüßen Natürlich bin ich verschwunden Was denke dann ihr? Mach das doch nicht zum ersten Mal Ziel in Sicht Ich habe sie still Die Person Da ist er Da ist Batman Mein Sprengfall hat nicht so funktioniert wie ich das wollte Die Zielperson ist über uns Wachen, wir sind nicht allein Batman hat den Raum betreten Such mich Findet mich eh nicht Und wenn dann schießen Dann nur so dumm Ich habe Sichtkontakt zur Zielperson Batman ist da drüben Batman ist in dem Raum Die Zielperson ist über uns Batman ist da drüben So Aus dem Augenwinkel Haben ich denn da vorne auch noch erwischt So Ich weiß nicht wie ich das gemacht habe Aber Jo Was du willst Ich bin besser als Sie Mr. Wayne Ja ja So So Sie haben nicht gewonnen Sie können nicht gewinnen Ich Hugo Strange Bin ihr Nachfolger So Ich hoffe Die Aufnahmen lag jetzt durch Ich drücke einfach mal gar nichts Das da müssen wir mal kurz weg machen Das nervt Ich bin aber einfach Nicht getroffen Sorry Stufenaufstieg Machen wir einfach das Ding besser Und dann ist das gut Sorry Vorhin ist für die Zehen durchgenut Schalte hier alles aus Mit Vergnügen Du hast alles ruiniert Nehmen Sie Ihre Hände weg Sehen Sie was Sie getan haben Ich finde es halt einfach geil Die Viren nicht rumschubst Nicht wahr Der Typ hat einfach null Chance Und macht einer auf Digio Host Die ganze Zeit Sie sind erledigt Strange Ich habe mächtige Freunde Batman Das ist erst der Anfang Niemand wird mich aufhalten Schon bald werde ich Armeen befehligen Die ihr euch nicht mal vorstellen könnt Ich habe erreicht Was der große Batman nie erreichen konnte Ganz Gotham wird mir danken Mir Ich hoffe es läuft jetzt echt durch Sie haben deutlich gezeigt Dass sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind Lass ihn sterben Detective Er war deine Marionette Ross Wieso? Sie sagten ich würde ihr Nachfolger Das war Unsere Vision Und sie haben es nicht zu Ende gedacht Aber Als sie kamen Um mir Batmans Identität zu verraten Gab ich ihnen die Bruce Wayne Er ist Bruce Wayne Und nicht nur das Sondern auch unbegrenzte Ressourcen Für ihren Plan Sie sind dem Ziel sehr sehr nahe gekommen Und dennoch haben sie mich enttäuscht Er wird sterben Ross Er braucht Hilfe Und zwar sofort Tu was du willst Detective Für mich ist er längst tot Ich bin so nah dran Geben sie mir etwas mehr Zeit Zu spät Keiner erhält von mir eine zweite Chance Das ist ein guter Tag Detective Gut Es werden Menschen sterben Es werden Menschen sterben Die Welt vermisst sie nicht Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk Du magst Strange besiegt haben Aber das Das ist nur der Anfang Komm mit mir Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen Niemals Du irrst dich Ross Du bist zu dem geworden Was du bekämpft hast Und ich werde dich aufhalten Das bezweifle ich Computer aktiviere Protokoll 11 Was tun sie da? Zugangscode Wayne Nein Nein Alstak Nein 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 platz wenn du nur wüsstest was ich vorhabe zum sterben gut so dass dahin ist absolute gefahrenstufe hoch 10 da gehen wir jetzt mit ein bisschen mehr raffinette dran ich schieße mich diesmal nicht ab so und schon so weit wär's Das ist die große Frisieren-Nacht, Batman! Wurdest du aufgehalten? Schwing deinen süßen, kleinen Heter ins Kino! Sofort! Wow! Leckwitz haben wir mit weg hier! Wuhu! Bis dann! Scheiße! Alter, sieh, wie viele Laser das sind! Scheiße, auf die Wand da! Das ist einfach nur unhöflich, Batman! Ich habe mit Kino so ein tolles Programm für dich zusammengestellt und du kommst nicht einmal! Wolle! Wie soll man das machen? Ohne! Spring doch! Oh, Gott, nein! Oh, das war der falsche Wasserspeier-Scheiße! Wo steckst du, Batman? Ja, Joker! Moment mal! Ich muss da scheiß Sniperer ausschallen! Hallo Batman! Du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht in den Tino zu kommen, und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet wieder all die Spoiler durchliest. Zack, in Gefahr. Dann gehen wir los. Und dort treffen wir mit denen. Das hat funktioniert. Dann gehe ich da rüber. Und dann haben sie mich alle! Scheiße! Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde! Ich verstehe. Du willst, dass ich diese nervige Frau ausknipse, stimmt? Ich meine, sie darf schon ein bisschen mit alle Ehren. Ich bin die große Bla-Bla-Bla-Hokus-Pokus. Also schön, ich tue es. Aber du schuldest mir was, okay? Scheiß Sniper. Welcher von deiner hat mich jetzt abgeschossen? Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen mich aufzuhalten? Ja. Ich hole dich schon noch was ab.